Der Seepark in Zülpich ist nicht nur als ehemaliges Gelände der Landesgartenschau bekannt, sondern lockt mit einer attraktiven Bandbreite an Veranstaltungen regelmäßig Besucher aller Altersklassen an. Zu den regulären Familienfesten und Events für alle Generationen präsentierte der Seepark Zülpich in diesem Jahr ein besonderes Highlight. Zum ersten Mal findet hier das Zülpicher Hüpfburg-Festival statt, das wir zusammen mit der Firma Breuer Event aus Niedegen veranstalten. Acht Tage lang erlebten Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein wahres Hüpfburgenspektakel. Wir haben hier auf 9.000 Quadratmeter Festivalgelände 39 Hüpfattraktionen. Das geht vom Fußballgolf bis zum Dschungelcamp, hätte ich fast gesagt, eine Dschungelhindernisbahn bis hin zu Riesenautorutsche. Das ist eine Attraktion für die ganze Familie, von Kindergartenkindern, Schulkindern, aber auch für junge Erwachsene und auch ältere Erwachsene haben bei jedem Geschmack hier etwas dabei. Für die kleinen Besucher gab es zahlreiche Hüpfbogen zu erobern, während die Erwachsenen sich an altersgerechten Attraktionen versuchen konnten. Auch kleine Rivalitäten untereinander konnten endlich einmal spielerisch ausgetragen werden. Sei es auf dem Jump or Fly oder beim Lebendkicker. Mutige trafen sich als Gladiator im Kolosseum und auf der Tropical-Bahn galt es, Hindernisse zu überwinden. Eine Doppelriesenrutsche sorgte bei den Rutschenfans für Begeisterung. Ein tolles Event, dann kann man sich so ein bisschen betteln. Ja, ich fand das super. Ich hatte früher einen Kettker und dann bin ich auch rumgedüst, aber hier, das ist schon was anderes, das ist schon was Tolles. Fall cool! Zahlreiche Events finden noch das ganze Jahr über hier statt. Besuchen Sie uns direkt oder informieren Sie sich über unsere Veranstaltungen im Web unter www.seepark-kontakt. www.sylpich.de